Risiko, das könnte die Frage oder das Stichwort vor dem Wochenende sein. Hält man Positionen über das Wochenende oder hält man sie nicht? Wenn man auf Gold guckt, dann sieht man, dass in der jüngsten Zeit eigentlich die meisten Marktteilnehmer gesagt haben, Vorsichtshalber nehme ich mal lieber ein bisschen meine Positionen raus und freue mich darauf, wenn der Markt ein wenig Stabilität findet und so lange gehe ich mal hier auf den Goldpreis tatsächlich. Und das hat den Markt nach oben getrieben. Wir sind wieder am höchsten Punkt in diesem Jahr. Vielleicht nicht in den letzten Minuten, denn da ging der Kurs nochmal runter. Trotz alledem vielleicht das wunderschönste charttechnische Muster, was man sich eigentlich vorstellen kann, in einer wirklich sehr, sehr stabilen Aufwärtsbewegung, jetzt so halbwegs ein Trendkanal hier auf der Unterseite. Wir sehen das hier eigentlich mustergültig. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir das letzte Zwischenruf hier nochmal rausnehmen, das wäre quasi hier jetzt, wer es nicht lesen kann, guckt selber nach im Chart. Also das hier im 5-Minuten-Chart, das wäre ein typischer Trigger. Wir haben das ja permanent, dass der Markt immer mal wieder irgendwelche so Rücksetzer macht. A, B, C mäßig, A, B, C. Hier kann man das so ein bisschen sehen, wenn ich ein bisschen dichter rangehe. Manchmal ist es nicht so deutlich, da kann man die Struktur nicht so schön erkennen. Hier macht es jetzt schon wieder ein bisschen einen deutlicheren Eindruck. Das wäre durchaus ein sinnvoller Ansatz, um hier long zu gehen, um hier vielleicht nochmal zu gucken, ob man da im Markt hier vielleicht die Long-Richtung nochmal im Petto haben kann. Gerade vor dem Wochenende bin ich mir nämlich nicht sicher, ob die meisten Marktteilnehmer hier auf der Long-Seite wirklich verweilen wollen, sondern die Aktien vielleicht eher abgeben, vorher die Position schließen und dann müssen sie irgendwo hin und dann ist Gold vielleicht gerade richtig. Witzigerweise, so ähnlich wie das hier aussieht, haben wir das hier unten im Stundenschart beispielsweise bei Crude Oil, WTI oder hier CL als Future gemessen. Da sehen wir Schub hoch, A, B, C. Hier irgendwie wackelig runter, so ein bisschen in diese Richtung sieht das aus. Das macht ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Freude. Da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Das können Sie selber nachlesen im Trade des Tages. Da haben wir dazu unsere Meinung und auch unsere ganz konkreten Marken genannt. Wie sieht es beim DAX aus? Naja, der DAX als Index gesprochen hat, ebenfalls so eine Art Muster, wie wir das jetzt hier sehen. Er bewegt sich hier im Trendkanal hin und her, hätte noch ein bisschen Platz bis zur 38er-Marke. Beim Index liegt die knapp unter der 12.000. Der Markt dürfte also da noch ein klein bisschen runtergehen. Aber an sich kann man sagen, dass bislang die Abwärtsbewegung auf jeden Fall eher schwach unterwegs ist. Also wenn wir das Gesamte hier angucken und deshalb nicht wirklich dazu einlädt, auf die Short-Seite zu wechseln. Kurzfristig kann das anders sein. Hier zum Beispiel im Intraday-Bereich sind wir immer noch steiler auf der Abwärtsseite. Aber dafür wechsle ich mal auf den kürzerfristigen Chart. Dann kann man das vielleicht besser sehen. Zum Beispiel hier beim DE30 jetzt nochmal hier entsprechend der CFD da drauf, was der DAX so kann. Im 15-Minuten-Chart hier sehen wir auch nochmal Schub nach unten, wackelig hier nach oben, Schub nach unten, wackelig nach oben. Er hat so ein bisschen eine starke Tendenz jetzt hier. Das sind jetzt hier durch die Zahlen. Denn die Retail-Daten, die sind gerade rausgekommen in Amerika, wenn man ehrlich ist, eigentlich latent schwächer als erwartet. Ich glaube, die Call-Rate war unverändert oder den Entwartungen entsprechend, während die vollwertigen Daten sogar leicht schwächer als erwartet ausgefallen sind. Soweit habe ich es zumindest mal gesehen. Nicht wirklich ein Motivationsschub. Aber offensichtlich, die Marktteilnehmer fassen es sogar positiv auf, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Deshalb der Kurs im Moment weiter nach oben. Trotz alledem, so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Aber es geht ja nicht um mich. Wie geht man vor? Naja, theoretisch kann man sich in alle Richtungen damit reinschleusen. Variante Nummer 1. Der Markt, nach dieser Wackelei nach oben, bricht das letzte Zwischentief. Hier zum Beispiel kann man auf die Short-Seite gehen. So ähnlich, wie man das hier machen konnte. Der wackelt hoch, letzte Zwischentief, Short-Seite beispielsweise. Das ist sowieso immer ein Klassiker. Umgekehrt, wenn der Markt jetzt auf der Aufwärtsbewegung mal wieder wackelig runterkommt. So ähnlich wie hier. Schub hoch, wackelig runter. Dann beim nächsten Bruch hier auf der Oberseite, dann wieder auf die Long-Seite gehen. Es ist also ein ewiges Hin und Her als Händler. Auf der anderen Seite so schön, wie es im Chart im Moment teilweise zu sehen ist, muss man die Situation einfach mal nutzen. Egal auf welcher Zeitebene man da gerne dabei ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie heute auf der richtigen Seite dabei sind, dass Sie den Wochenausklang nochmal in Ihrem Sinne nutzen können. Drücke Ihnen die Daumen und hoffe, dass Sie ein schönes Wochenende haben. Bis nächste Woche. Alles Gute. Vers 1-3-5-1-3-4-3-5-3-4-5-0-1-3-4-3-4-5-4-4-4-4-5-4-5-4-4-5-6-B-4-7